Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von letztlichem Pokémon Omega Robin. Ich ja, guck mal, ob es Tani gibt. Tani gibt es jetzt in Mosbach-City. Also, war noch ein bisschen. Hatten wir jetzt eigentlich, äh, kürzlich nicht gehalten? Ja, hatten wir. Und dann noch haben wir die Trainer auf dem Weg. Ja, noch. Hallo. Okay, Pagano. Das war's. Ich habe hier eine Schlange. Ah, wir sind hier Obsidia. Obwohl ein Powerpuffer in einem Team auch nicht schlecht wäre. Aber dann später. Ja, mit der Landa, mit der Heist. Ich glaube, dann haben wir einen Verlламpersel Oh, Pudo! Ich habe jetzt Level 26, ich habe jetzt Level 26. Also unser Team ist halt relativ auch auf einem relativ guten Niveau. Oh geil. Ah die Musik aus Gen 3 ist einfach nur zu geil. Also der nächste Wurm im Team wird dann echt Kid Wurm sein. Ich bin mit Wetterkross, ich bin mit Wetterkross. Ich bin mit Wetterkross. Ich bin mit Wetterkross, ich bin mit Wetterkross. Ich bin mit Wetterkross, ich bin mit Wetterkross. Ich bin mit Wetterkross. Ich bin mit Wetterkross, ich bin mit Wetterkross. Ich bin mit Wetterkross, ich bin mit Wetterkross. Ich bin mit Wetterkross, ich bin mit Wetterkross. ich werde schon wieder ein ding sein obwohl wir dann aber irgendwann bin ich dieses jahr noch so zu über ein spiel werden wir kein kind das ist ein purpur jetzt bei bini werden wir aber auch ein purpur nicht kriegen Stoi Junior Stoi Junior wäre auch eine Option ich gucke nach der Folge mal wo es Stoi Junior gibt da würde ich meinen Stoi Junior nehmen, aber das hat er mit Metacross 2 mal Stahl ich gucke mal wegen Stoi Junior ich gucke mal 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 Danke. Oh, ich weiß, es ist wirklich. wo keine mal arbeiten müssen wie jetzt ich guck mal ganz kurz welche nicht da rein Oh ja, das ist... Wir müssen in aller Welt sein. Ich glaube, er wird in der Arena. Ich glaube, er wird in der Arena. Ich glaube, er wird in der Arena. Ah, jetzt geht es um Kürzer. Nee, hier ist nicht. Ja, hier ist es gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020